Elena Esel Habe ich mir gedacht Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann Oh, prima! Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Pepper Sie wohnt in Frankreich Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben Juhu! Wir müssen uns beeilen Elenas Zug kommt gleich an Endstation! Alle aussteigen! Da ist Elenas Zug! Oh, Elena! Bonjour! Bonjour ist französisch und heißt Guten Tag Bonjour! Oh, bonjour! Bonjour, Monsieur Esel Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht Lauter Dinge, die es hier nicht gibt Käse, Brot, Tomaten, Wasser Oh, au revoir Elena! Elena, ich komme dich morgen Abend wieder abholen Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, ganz nach oben im Haus Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh, yeah! Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Peppa. Peppa und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder, versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Pa, dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppas Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja, singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Mä-Wii! Buh! Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Buh! Bum-Bing-Buh! Bing-Bong-Bing! Bing-Bong-Bing-Bong-Bing-Bong-Bing-Bong-Bing-Bing-Bing-Bong-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing. Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing- liebt es zu faulenzen. Papa, musst du denn heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa. Heute ist doch Samstag. Samstags hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz. Oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Donnerstags arbeitet Papa Wutz. Bis später. Wiedersehen. Armer Papa, er muss arbeiten gehen. Du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen. Aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Luzi Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Frau Locke, arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Mäh. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Laufen, springen und hüpfen. Mama, das ist keine Arbeit. Das ist spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Hallo, Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Oh. Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich, ich, ich. Peppa und Luzi sind die Verkäufer. Und alle anderen können die Kunden sein. Peppa und Luzi tun so, als wären sie Verkäuferinnen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also, ich kassiere das Geld, Luzi. Und du rimmst die Regale ein. Ja, gut. Klausi Kleff ist der erste Kunde. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Herr Kleff. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Danke sehr. Der nächste, bitte. Hallo, Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein, aber Sie können ein Puppenhaus haben. Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, gern. Die kostet dann 1 Cent, bitte. Oh, ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Hallo, Frau Verkäuferin. Was kann ich bitte für eine Million tausend Euro kaufen? Luzi, was haben wir für eine Million tausend Euro? Hm. Eine Karotte? Ja, gern. Luisa Löffel liebt Karotten. Hihihihi. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Papa Wutz ist gekommen, um Peppa und Luzi abzuholen. Papa, hast du heute viel gearbeitet? Ja, ich habe heute ganz schön reingehauen. Wir haben heute auch richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen. Bla, 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 bla. Das war's. Und droppen. Mama Wutz ist fertig mit ihrer Arbeit. Also gut, Schorsch. Vielleicht können wir jetzt einmal das lustige Hühnchen spielen. Das haben wir uns verdient. Unartige Mama. Du spielst ja das lustige Hühnchen. Genau, weil Schorsch und ich mit der Arbeit fertig sind. Nicht wahr, Schorsch? Wenn alle mit der Arbeit fertig sind, dann können wir jetzt alle spielen. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein bitte. Bitte Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Oh, verliere ihn aber nicht noch mal. Da kommt der Zug. Tuff, Tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra. Tuff, 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 der Zug, der fährt jetzt ab. Keuchen, Schnau, Keuchen, Schnau, Tuffetit, Tuffetit, Tuff. Hallo, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoy auf. Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrscheine wohl verloren. Oh je, Bine. Miau. Da ist doch dein Fahrscheine, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tufli-Tap, Tufli-Tap. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au ja. Tufli-Tap, Tufli-Tap. Der Zug fährt auf und ab. Keuch und schnauf, Keuch und schnauf. Tufli-Tufli-Tap. Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Es ist Frau Ente und ihre Freunde. Männo, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra. Endstation. Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Oh, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Ähm, Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Äh. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petros Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Pedro hat Husten. Heute ist Musikstunde in der Spielgruppe von Madame Gazelle. Oh, meiner Puppe koche ich Suppe. Entschuldigung, Madame Gazelle. Oje, Pedro hat Husten. Nur keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Hallo, Doktor. Ihr spricht Madame Gazelle. Ein Kind ist krank. Keine Panik. Ich bin schon unterwegs. Was fehlt denn dem Patienten? Ich habe ganz doll Husten. Verstehe. Kratzt es dich denn im Hals oder eher in der Brust? Ähm, ich weiß nicht genau. Aber wenn ich huste, klingt das so. Und wann hast du diesen Husten bekommen? Als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes. Aber Petros Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Dr. Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen. Dachte ich's mir doch. Petros Husten ist ansteckend. Klausi, Kleff und Luzi Locker haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Bäh. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh. Nach ekligem Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch gut tun. Wirst du eigentlich nie krank, Dr. Braunbär? Nein, Peppa. Ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Wiederschön. Wiedersehen. Die Spielgruppe ist aus und die Eltern holen ihre Kinder ab. Mama, Papa, ich habe Husten. Dr. Braunbär war da und hat nachgeschaut. Wir mussten scheußliche Medizin nehmen. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt ihr Lied singen? Natürlich, Peppa. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Sie ist... Oh je, alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Hallo zusammen. Alle haben Petrus Husten, richtig? Also dann, der Reihe nach. Schön Mund aufmachen. Oh. Oh, es schmeckt nach Vanillepudding mit alten Socken. Danke, dass Sie sich um uns gekümmert haben, Dr. Braunbär. Wer kümmert sich denn um Sie, wenn Sie mal krank sind? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin nie krank. Oh je, Dr. Braunbär hat sich mit Petrus Husten angesteckt. Nicht so schlimm. Wiedersehen. Wiedersehen. Armer Dr. Braunbär. Jetzt ist er selber krank und hat keinen, der sich um ihn kümmert. Oh. Besuch um diese Zeit? Hallo. Wir wollen uns um Sie kümmern. Hier haben Sie Obst. Und noch ein paar Kissen. Und hier ist Ihre Medizin. Bäh. Das schmeckt ja wie Marmeladenteppich-Pudding-Joghurt-Sotten. Jetzt singen wir noch was, dann geht's Ihnen bald besser. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorschi. Linus. Sausier. Sausier. Tschüss, Linus. Ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus. Ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sage Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Mama. Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Hallo? Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Tschüss denn, Luzi. Ich komme dann. Schnell, Luzi. Better, um dich abzuholen. Schorsch, Linus, Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr, es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalig aus. Ja, Frau Doktor. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt. Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? Schorsch und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Hm. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche? Witzen! Und wofür sind Matsche Pfützen da? Um lernen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matsche Pfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Teddy Lausbub. Es ist Abholzeit in Peppers Spielgruppe. Papa, Teddy Lausbub kommt uns besuchen. Wer? Teddy Lausbub ist unser Wanderbär. Heute besucht er Peppers zu Hause. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste. Es ist alles in seinem Koffer. Oh, verstehe. Peppa, Papa Wutz und Teddy Lausbub sind zu Hause angekommen. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wunder dich nicht, der redet nicht so viel. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du, hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. Spaghetti. Das sind jetzt genug, Bilder, Schorsch. Oh, wo ist denn Teddy Lausbub? Teddy Lausbub ist weg. Papa, du hast Teddy Lausbub verloren. Keine Sorge, Peppa. Er taucht schon wieder auf. Hallo. Wie war euer Tag? Papa hat Teddy Lausbub verloren. Oh nein. Aber ich weiß schon, wie wir ihn wiederfinden. Aber wie finden wir Teddy Lausbub wieder, Papa? Zuerst drucken wir alle Bilder aus, die wir von ihm gemacht haben. Mama Wutz packt die Einkaufstaschen aus. Wohin geht ihr? Wir kleben Bilder von Teddy Lausbub an die Bäume. Oh. Papa, warte auf mich. Warum kleben wir die Bilder an die Bäume, Papa? Die Leute sehen die Bilder von Teddy Lausbub und wissen, dass er weg ist. Und dann helfen sie uns suchen. Ah, da ist Teddy in meinem Bett. Und da ist Teddy in der Küche. Und hier sind die Bilder von George. Die aus dem Supermarkt. Oh, Teddy Lausbub. Jetzt weiß ich, wo er ist. Oh, hallo. Mama, wir wissen jetzt, wo Teddy Lausbub ist. Ja, er ist in der Einkaufstasche bei den Nudeln und den Tomaten. Peppa zeigt in der Spielgruppe das Fotoalbum von Teddy Lausbub. Ich dachte schon, dass der Teddy Lausbub bei uns kein spannendes Abenteuer erlebt. Aber zum Glück hat mein Papa ihn im Supermarkt verloren. Aber wir haben ihn wiedergefunden. In der Einkaufstasche. Puh. Das war wirklich ein Abenteuer. Und was für eins. Die Reise zum Mond. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa spielt Titschball. George und Edmund Elefant spielen mit ihren Weltraumspielzeugen. Mond, Mond. George tut so, als ob der Titschball der Mond wäre. Ich hab gerade mit dem Ball gespielt. Au. Edmunds Spielzeug ist auf Peppas Kopf gelandet. Das ist lustig. Fliegt ihr zum Mond? Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa. Wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Ihr, bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir. Auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond. Oder doch? Nein. Wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Wow. Wir tun hier so, als ob wir auf dem Mond springen. Mit Hilfe der Wissenschaft. Das klingt beeindruckend. Wie machen Sie das? Mit starken Gummibändern. Alle werden an Anti-Schwerkraft-Gummibänder geschnallt. Auf einem nicht echten Mond zu springen, macht Spaß. Sagt Mondkäse. Mondkäse. Und das ist das Ende der Tour. Bitte hier entlang. Gibt es Bäume auf dem Mond? Nein. Gibt es denn Autos auf dem Mond? Nein. Gibt es vielleicht Mondläden? Nein. Das wäre doch Unsinn. Willkommen im Mondladen. Wir haben Mondkarten, Mondbücher. Wir haben sogar Bilder von Schweinchen auf dem Mond mit einem Elefanten. Guck mal, das sind wir, wie wir auf dem Mond springen. Wir haben auch Mondstangen. Da ist ein Bild vom Mond mittendrin. Oh. Oder wie wir es mit echtem Mondkäse. Was kostet er denn, Frau Mümmel? Fünf Euro, bitte. Fünf Euro? Alles für einen guten Zweck. Jetzt mag ich den Mond. Er ist nämlich sehr interessant. Und sehr lecker. Und sehr lecker.